Nach einem etwas ruhigen Start in die neue Handelswoche hat der IFO-Geschäftsklimaindex vor wenigen Minuten die Börsianer positiv überrascht mit einem Anstieg auf 105,9 Punkte. Und eigentlich müsste man sagen, mit einem Anstieg, also sprich einem positiven Signal an die Märkte, müsste der DAX auch ansteigen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir waren ja wenig verändert in den Handelstag gestartet, sind mittlerweile rund ein halbes Prozent in Minus 7.754 Zähler, ein Minus von 35 Punkten, obwohl es eben ein positives Signal war. Aber zuletzt wird das ja oft auch negativ gedeutet. Das heißt, wenn sich die Wirtschaft erholt, dann könnte es mit der Politik des billigen Geldes bald vorbei sein. Die Sorge, dass es in den USA bald der Fall sein wird, die hat ja in den letzten Tagen schon die Aktienmärkte belastet. Und auch heute in Asien ging es wieder nach unten, beispielsweise der Nikkei-Index mit einem Minus von 1,2 Prozent. Und beim Hang Seng gar ein Abschlag von gut zwei Prozent nach unten. Und ja, wie gesagt, in Deutschland eher ein ruhiger Start. Man hat sich davon eigentlich noch nicht so richtig beeindrucken lassen. Jetzt allerdings mit dem IFO ging es nach unten, eben weil es vielleicht entsprechend gedeutet wird, dass es mit der Politik des billigen Geldes auch hier irgendwann vorbei sein könnte. Obwohl man sagen muss, dass die USA und Europa momentan nur schwer zu vergleichen sind. Denn hier in Europa haben wir momentan eben noch viele strukturelle Probleme. Also, dass man hier bald eine Straffung der Geldpolitik sieht, das erwarten eigentlich die wenigsten. Die Euwax-Anleger waren eigentlich optimistisch in den Handelstag gestartet. Wir hatten den Sentiment-Index vor dem IFO-Index doch deutlich im Plus gesehen. Ansonsten im Fokus der Anleger heute Gold und Silber mal wieder. Denn die Talfahrt geht in die nächste Runde. Gold so gut 1,3 Prozent im Minus. Beim Silberpreis ist es ein Abschlag aktuell von rund 2,5 Prozent. Man kann sagen, dass beide Edelmetalle zuletzt in der Gunst der vielen institutionellen Anleger doch verloren haben. Man hatte ja von Seiten der institutionellen Anleger eine rege Nachfrage in den letzten Jahren gesehen. Jetzt ist beides offensichtlich etwas verblasst. Dementsprechend Gold auf Jahressicht mit einem Minus von 20 Prozent, Silber gar mit einem Abschlag von 30 Prozent. Das mag auch daran liegen, dass eben die erwartete Inflation noch nicht so gekommen ist. Und eben auch die Geldpolitik spielt eine wichtige Rolle. Aber von privaten Anlegern sehen wir beim Gold, insbesondere beim Euwax-Gold, nach wie vor Nachfrage. Also, es gibt auch Investoren, die darauf setzen, dass Gold bald wieder glänzt.